Hallo und willkommen bei vielblau um nicht Nummer 246, wo ich immer noch ab und zu husten werde, weil irgendwo das hält sich hartnäckig und ich habe auch immer ein bisschen Schiedelweh und einen belzigen Kiefer. Das ist komisch, aber das sind nur so Phasen. Kopfweh an sich auch nicht, aber wenn ich husten muss, dann drückt es ein bisschen. Es sind wohl noch ein bisschen längere Folgen. Hoffentlich geht es mal jetzt langsam wieder weiter weg. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier dran hocke und gar nichts tun kann, aber es ist lästig. Aber gut, das hat man ja auch alles mitbekommen, dass ich auch so nach ein, zwei Wochen, nachdem es dann losgegangen und wieder weg ist, dann nochmal hinten nach noch was kommen kann. Und ja, schauen wir mal. Schmecken, Geruchs- und Geschmackssinn habe ich. Also es passt alles. Wird schon werden, aber momentan dauert es halt dummerweise noch. Naja gut, gehen wir es also durch. Die wichtigen Sachen, wie immer. Jetzt so, da kommt mein Dicke. Hallo Dicke. Das ist aber blöd, wenn du dich auch... Na? Nein? Nein? Nicht schüler knabbern. Ich habe jetzt den kleinen LCD-Fernseher noch immer stehen. Den möchte ich mal anknabbern, der Depp. Ne, das machst du jetzt aber nicht, oder? Gut. Also, ähm, ja. Nächste Woche, nächstes Bla, wie immer. Ihr wisst ja, bis Freitag 18 Uhr. Bitte E-Mails an bla mit h at kernspieler.de oder in die YouTube-Kommentare irgendwas. Schauen wir mal. Wetter nächste Woche hier im schönen Meerring ist, äh, so kalt, glaube ich, vor allem. Hm? Gar nicht mal. Es geht. Samstag 8 Grad, ja, ist schon kalt. Dann geht es aber weiter. Dann ist eigentlich fast immer sonnig, bis auf Freitag hier. 12, 13, 13, 12, 10, 11 am Freitag mit leichten Regen. Oh, Wochenende dann 6 und 7 Grad. Naja, okay. Schon kalt, aber es hält sich noch in Grenzen. Naja, in der Nacht wird es aber gefährlich jetzt langsam. Da muss man tatsächlich vielleicht schon aufpassen mit Gehweg streuen und so. Naja, und nächste Woche gibt es natürlich Videos. Aktuell fix, wenn nicht wieder mir spontan was einfällt, äh, ein Import-Report nochmal wieder am Sonntag, also diesen Sonntag. Und dann zwei Eatings, zwei Drinkings, ein Fan-Consuming-Eatings auch noch drunter. Gut, dann gehen wir es an in die Kommentare. Das Bla hat mal tatsächlich überhaupt niemand irgendwie kommentiert und auch geliked. Eher wenig. Oh, ja gut, dann ist das halt so. Maja, was soll ich machen? Dafür haben wir dann den Import-Report. Da meint der MT Elite, tolle Rubrik. Jo, noch habe ich Material. Für ein paar Folgen reicht es noch. Schauen wir mal weiter. Und der Tokio meint, Foodgirls sieht eben auf der Packung wieder viel zu quietschig aus. Ja, das ist schön quietschig. Das Beste, aber, ja, habe ich das bei meinem Pack gezeigt? Da waren so Bierdeckel-Dinger dabei als Bonus, wo die ganzen Mädels in so ein bisschen lastiveren Outfits drin waren. Da wusste ich vorher, oder habe es nicht beachtet? Denken wir, oh ja, okay, was man so alles kriegt. Vor allem, es passt auch gar nicht so recht zum Spiel, weil das Spiel ist eigentlich schon ziemlich, mei, züchtig ist der falsche Ersturg, aber harmlos. Aber, ja. Eine Girl und Girl wird schon noch viel ohne Schweinkram. Pfui. Ja. Nee, also, das passt schon. Also, die Oshirabu, da habe ich mindestens, habe ich beide gelesen? Wo drin sind denn nur eins? Das war gut. Das war schon gut. Kurz, aber gut. Centennial Case hat in den Test schon angesprochen. Vielleicht könnte es sich auch mal verpackt. Der dann, wie gesagt, das ist problematisch, weil das kann man sich nicht bestellen bei Amazon, weil halt Square Enix da den Riegel vorschiebt oder zumindest bei dem Spiel geschoben hat. Ich glaube, andere habe ich schon mal gesehen. Ich habe meins halt beim NetGames bekommen, aber ich weiß nicht, ob der noch welche hätte. Und dann bleibt natürlich noch PlayAsia im Zweifelsfall, aber dann ist er nicht mehr billig. Naja. Ich müsste endlich mal lesen. Was heißt lesen? Spielen halt. Aber wird. Seven Pirates klingt nach einem perfekten Spiel für ein Bumsi, um mal wieder richtig abzurubbeln. Seven Pirates ist tatsächlich gar nicht schlecht als Spiel. Es hat ein paar Schwierigkeitsspitzen, die ein bisschen lästig waren. Das muss ich schon sagen. Wenn man da nicht mit der falschen Crew hingeht, dann ist man adept, dann schafft man es halt einfach nicht. Und ja, ein bisschen wiederholt sich. Aber mir hat es gefallen. Und Star Melody sieht ihm auch sehr seicht aus. Ich habe nur kurz reingeschaut. Ja, es ist nichts besonders prickelndes, aber mei. Und das ist auch wohl eine Asien-Version, wo auch da wieder, die gingen auch über NetGames, aber zum Glück, weil sonst hätte ich über PlayAsia gehen müssen, wie jetzt letztens ein, zweimal. Aber ja, war okay. Vielmehr nicht. Ja, das waren die fünf. Oder? Ja, die nächsten sind dann schon alles Mögliche. Okay. Gucken wir mal. Eine dabei, wo ich mich im Nachhinein auch ein bisschen drüber geärgert habe. Aber egal. Das habe ich vielleicht dann erzählt, wenn nicht dann halt nächstes Mal. Gut, dann erstes Eating war die Ferrero Sommer Küsschen mit Lemon Cheesecake, glaube ich. Wo der MT Elite meint, wir haben noch Herbst. Und der Turke meint, Ulrich lebt in der Zeitschleife. Der hat halt einfach zu viele Videos teilweise auf Lager, die dann irgendwann mal sich nach hinten schieben aus verschiedenen Gründen. Sei es, weil da das Aktuelleres reingerutscht ist oder weil die Leute zu viel, zu viel, zu viel gibt es nicht, Fan-Consuming zum Fan-Post-Consuming-Material beigesteuert haben. Dann rutscht sowas halt auch mal aus der Jahreszeit raus. Wie gesagt, die ältesten Videos, die ich noch auf Halde hatte, die haben, glaube ich, über ein Jahr gelegen. Ich höre doch hier irgendeine Katze irgendwo Unfug anstellen. Was macht er denn gerade? Wo ist er denn schon wieder? Ah, okay. An der Couch unter der Decke wurschtelt er rum. Na gut, das kann er machen, da stört es nicht weiter. Und Tokio meinte auch, er hat die auch probiert und fand sie auch eher mau. Dunkle Schokolade passt nicht zu Cheesecake. Ist eben so, bin mir gar nicht so sicher, aber siehst du, Husten geht auch noch. Ja, jedenfalls habe ich gegessen und dann war es gut. Getrunken habe ich dann das Aquarius Vitality Wasser plus Magnesium. Der MT Liede meint, Aquarius Vitality klingt wie ein Römer aus einem Asterix-Comic. Ja, na gut, das fanden aber zwei Leute gut. Und der Tokio meinte, Aquarius kenne nur aus Japan, auch nur als normalen Isodrink. Er findet die eigentlich ganz lecker. Ach, das ist, ist das aus Japan das Ding gewesen? Ich habe gedacht, das ist irgendein Siff von hier Spülwasser. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, ich glaube, ich fand es wohl eher langweilig, aber ich habe es schon wieder vergessen. So läuft das. Dann, das nächste Eating war eben Fanpost Consuming. Das war, glaube ich, noch vom Dominik, oder? Die Nongshim Shinboki Getty Big Bowl Nudels. Oder war das schon der Tokio? Da bin man immer sicher. Die wissen es besser. Im Video habe ich es sicher richtig benannt. Und der MT Liede meint Schärfer, wie Ulrich ist keiner. Naja. Naja. Hallo, was machst du? Jetzt steigt er in den Karton. Nein. Och nein. Das Klischee. Katzenklischee. Katze sitzt im Karton. Mei. Du spinnst. Was machst du eigentlich um die Uhrzeit bei mir? Normalerweise ist er am frühen Abend nicht mehr da. Dann ist er schon unterwegs. Oder die ganze Zeit unterwegs. Na du. Na gut. Soll mir recht sein. Ja, gut. Ja, scharf. Und so weiter. Dann habe ich eingeschoben. Deshalb spontaner Einfall habe ich einfach laufen lassen. Der Attract Mode vom Sega Mega Drive Mini 2 aus das japanische Gerät wohlgemerkt, weil da viele Sachen dabei sind, die man bei uns sonst so nicht sieht. Habe ich einfach am Stück laufen lassen und aufgenommen. Über zwei Stunden. Jetzt mal Statistiken angucken. Ein paar Leute haben draufgeklickt, aber lang geguckt hat niemand, weil die bisherige insgesamt Anschauzeit ist definitiv weit drunter. Und die Zeitleiste, wo es sieht, wer was gesehen hat, da gibt es noch keine, weil ich zu wenig Aufrufe habe. Aber gut. Wie gesagt, war halt ein Gimmick, wo ich halt Lust drauf hatte. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Nein, Kommentare. Was haben wir denn hier? Der Tokio meint cool, aber der Sound ist etwas schräg. Ich weiß nicht, ist der Schraunt? Ich habe nicht, eigentlich dürfte da nichts schiefgegangen sein, aber ich könnte natürlich, das muss ich jetzt gerade mal selber, nein, Probe hören. Habe ich da vielleicht irgendwas bei der Bearbeitung schiefgegangen? Eigentlich dürfte er nichts sein. Oder habe ich ihn zu laut gepegelt? Oder mega reif an sich klingt natürlich eher so ein bisschen quegelig, blechig. Das wird mir jetzt auf jeden Fall als eher noch einfallen. Aber schau mal. Wenn ich rausfinde. Sehr gut. Moment. Moment. Äh. Na, was mache ich hier? Hm. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt auch hört. Das klingt ein bisschen übersteuernd, ja. Ah. Ich glaube... Ah, ja. Ich habe einen Bearbeitungsfehler gemacht. Schön. Schön, dass ich... Ja. Ich habe in einem der... Also das Problem ist mit meinem Gerät, das Ding nimmt nicht komplett am Stück auf, sondern macht Häppchen. Und ich habe offenbar bei einem verpeilt, die Lautstärke anzupassen. Sehr gut. So ein Mist. Ich glaube fast, das muss ich jetzt noch mal korrigieren und dann nochmal hochladen. Hm. War jetzt einfach. Basta. Ähm. Das ärgert mich jetzt schon wieder. Verdammt. Habe ich meine Statistiken dann verbockt. Ich kann es ja nicht einfach... Ich meine, große Kanäle können das wohl. Die können die Videos austauschen. Ich nicht. Ähm. Aber das schaue ich mal nochmal... Oh. Habe ich das Originalmaterial schon wieder gelöscht? Kann das sein? Das wäre natürlich ein bisschen doof. Lass mich mal gucken. Hm. Ne, ich habe es noch. Okay. Das werde ich jetzt rausfinden. Wenn das Video magischerweise am Sonntag nochmal auftaucht, dann werdet ihr wissen, was war. Ja. Dann ist es halt so, ne? Mhm. Oder es ist magisch aufgetaucht, bevor ihr das hier hört. Dann wisst ihr jetzt, warum das so gewesen sein könnte. Egal. Jedenfalls, äh, ja, war ich verwirrt. Habe jetzt wieder sinnvoll eineinhalb Minuten mit Abgelenktsein vollgekleistert. Und ach, mich ärgert sowas. Warum passiert mir das? Hätte jetzt eigentlich nicht sein sollen. Naja, egal. Äh, wo war es noch? Und der MT Elite meint noch, Virtual Racing war schon cool damals. Ja, aber nicht in der Fassung. Gottes Willen, die ruckeln. Also, Wahnsinn. Aber gut, egal. Ähm. Dann habe ich noch was getrunken, nämlich Booster, Energy, Drink, Orange, Vanilla. Irgendwie Gamer-Edition oder so ein Quatsch. Ja. Und der Toge meint voll uncrazes Getränk. Dafür crazy Perspektive. Habe ich wahrscheinlich ganz craze kommentiert. Booster gibt es übrigens auch im Edeka, also keine Netto-Eigenmarke. Ja gut, Edeka und Netto hängen ja irgendwie zusammen, oder? Edeka ist so der Discounter-Bruder vom... Ne, andersrum. Netto ist der Discounter-Bruder vom Edeka, glaube ich. Würde ich jetzt mal so behaupten, ohne dass ich es jetzt reichert habe. Ähm. Aber das würde es dann natürlich erklären. Aber ich habe es da, glaube ich, noch nie wahrgenommen. Kann aber gut sein. Und der MT Elite meint ja noch, Playstation-Controller. Naja, äh, ähm. Ja, könnte sein, oder? Weil da links oben, Steuerkreuz ist links oben. Ja, am ehesten das noch, ja. Aber halt ein, ein beliebiger, äh, Beispiel-Bild-Controller. Oder halt, ne? Wie auch immer. Gut. Damit haben wir jetzt das hier durch, erst mal. Ähm. Und damit gehen wir in die E-Mails, die sich überschaubar gestalten. Aber macht ja nichts, dann ist es halt überschaubar diesmal. Zwei Leute haben gemailt, nämlich die Klassiker. Fange ich doch an mit dem, der zuerst war, nicht der Dominik. Gut. Ähm. Der meint, hallo und guten Tag, ruhig und anhang. Letzten Samstag war er mal unterwegs in Seligenstadt bei Offenbach. Was soll man da? Das schrage ich mich dann auch. Doch, sagt. Aber hier. Da steht das große Flipper- und Arcade-Museum. Er ist das erste Mal mit seinem Bruder hin, um sich das Ganze mal anzuschauen. Eigentlich ist es eher ein Verein, der sich um das Sammeln und Restaurieren dieser Geräte spezialisiert hat. Äh. Einmal im Monat am ersten Samstag kann man sich online ein Zeit-Ticket organisieren für schlanke 15 Euro. Das erlaubt den Aufenthalt von drei Stunden. So eine Art Tagdauer auf der Tür klingt nicht so schlecht. Alle Geräte sind auf Freistellung gestellt, also keine weiteren Kosten, was echt stark ist. Das ist dann richtig. Die Zeitfenster sind von 12 bis 3, von 3 bis 6, also nachmittags oder abends sind es von 18 bis 21. Also, ja. Da das Ganze nur einmal im Monat ist, sind Tickets innerhalb weniger Tage weg. Das glaube ich. In jedem Zeitfenster werden dann 120 Leute reingelassen. Naja. Gut. Die Leute verteilen sich aber gut auf den zwei Etagen. Wartezeit gibt es nicht. Geht ja auch nicht bei über 300 Geräten. Ja, leck. Das ist viel, ja. Ui. Cool. Im Erdgeschoss ist der Arcade-Bereich. Von Donkey Kong, Pac-Man, Snowbrows, Monaco, GP, Discs of Tron, Steeplechase und Moonbrows. Alles dabei. Sein Highlight, Marvel Wettmiss mit zwei Personen via Trackball. Ist echt cool, ja. Gut, Trackball hat man daheim ja eher selten. Das stimmt schon. Also man hat einen Tarito eh gerettet mit Zubehör. Einen 18er-Bereich gibt es auch, wo die klassischen Lightgun-Shooter zu Hause waren. Achso. Das war sein Highlight. Crisis Zone und Namco. Mit Uzi und ordentlich Rückstoß bei jedem Schuss fühlt man sich wie ein kleiner Rambo. Gab es da eigentlich mal eine Heimumsetzung von? Ja, gibt's. Es gibt eine Playstation 2-Version von Crisis Zone, aber die hat man natürlich mit dem Guncon gespielt. Und das hatte ja natürlich keinen Rückschlag in dem Sinn. Aber ich den Automat, das wäre mal cool. Klingt schon alles sehr cool, ja. Im Keller wurden die Flipper-Fans glücklich. Von Bali über Stern zu Williams und Zakaria. In der Ausstellung stehen über 100 Flipper aus mehreren Dekaden. Natürlich alle auf Freispiel auch. Jeder Film-Lizenz der 80er und 90er ist mit dabei. Und seine Highlights der großartige Jurassic Park-Flipper mit Rumble-Funktion von Data East. Der spektakuläre Terminator 2. Keine Art. Aha. Und der noch recht neue Avatar-Flipper mit 3D-Element. Der wäre mal interessant. Er ist persönlich nicht der allergrößte Flipper-Fan, aber die Geräte und die große Auswahl machten echt Spaß. Das glaube ich dir. Das Ganze war auf jeden Fall eine Reise wert und denkt zwar auch nicht sein letzter Besuch. Haben mir da mal drüber berichtet, meint er. Er ist nur durch Zufall draufschossen. Also ich würde mich sehr wundern. Ich wüsste nicht, dass wir sowas schon mal drin hatten. Das haben wir eigentlich nicht so als Rubrik oder als Fokus. Es könnte, es hätte mal ein Extended-Artikel sein können, aber ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern. Aber ja, das klingt schon sehr cool. Wenn man sowas in Reichweite hat, ist das natürlich eine feine Sache. Wir hatten ja hier vor Urzeiten den Harlequin. Also den Harlequin gibt es immer noch. Das sind Glücksspiel-Lokalitäten. Der hatte mal, der Chef von denen war ein riesen Snooker-Fan. Der hat dann auch Snooker-Turniere ausgegeben und auch Prominent, englische Prominent angekarrt. Also waren einigermaßen viele bekannte Leute immer wieder mal da. Und auch eine Spielhalle mit eben auch so Freispiel. Vor allem, also die erste Variante, wo ich das erste Mal besucht habe, da war es noch relativ nicht so sehr außerhalb. Das war es noch relativ klein. Hatte auch noch Streetfighter und so Zeug drin und ein paar Neo-Geo-Geschichten. Aber danach ist er umgezogen. Da waren es vor allem Sport- und Rennspiele, was ja auch völlig okay ist. Und da war dann halt ein 8er Ridge Racer 2 oder Manx TT auch. Und Scud Race, glaube ich, war drin. Dann hat er Daytona 2 gehabt. Propcycle und alles Mögliche halt. Das war schon geil. Da sind wir halt ab und zu mal hin. 10 Euro oder 10 Mark. Euro? War ja wahrscheinlich schon Euro. Und ohne Zeitlimit, weil es so viel war, hat es sich auch verteilt. Also es war schon ziemlich cool. Und dann ist er zum Hauptbahnhof umgezogen mit dem ganzen Ding. Da war es alles viel kleiner und da ist dann irgendwann mal zugemacht worden und dann war es weg. Der hatte auch einen Road Rage. Das war dieser Konami Weibaut-Klon mit Hydraulik-Kapsel, wo sich dann massiv bis 30 Grad, glaube ich, schräg gelehnt hat. Das war ziemlich cool. Aber, naja, lang ist her. Ne, ist ja cool. Ich weiß, dass es hier irgendwo nicht so sehr weit weg gibt, so kleine Gruppierungen an Leuten, die eine Handvoll Automaten und so haben. Da war ich aber nie dabei. Da waren Ex-Kollegen mal, ein, zwei Mal haben die Leute kannt, weil die waren mal in der Redaktion, haben uns dann besucht. Nicht so, was ist das alles? Aber ich war da nie dabei. Deswegen habe ich da jetzt keine eigene Erfahrung. Aber die hatten auch ein paar. Ich glaube, die hatten auch einen Daytona irgendwie und so Zeug. Egal. Jedenfalls, ja, solche Sachen sind natürlich saukool. Aber wie gesagt, ist natürlich dann hier, bei Offenbach ist es natürlich nicht so dramatisch weit weg, aber weit genug, dass wir es einfach nur mal hinfahren, wäre vielleicht doch ein bisschen, wie soll ich sagen, dann würden sich die 15 Euro schon eher so verzehnfachen. Das wird vielleicht hinkommen, oder? Ja, vielleicht. Egal. Naja, klingt auf jeden Fall cool. Dann hat er mir noch Fotos von geschickt. Ähm, schönes Wort und Grüße. Hier haben wir dann ein Foto. Der Eingangsbereich. Neben Essen und Trinken gibt es eine Art, hinten eine Art Wohnzimmer mit Nintendo-Themen. Original NS lädt da auch zum Verweilen ein. Der Eingangsbereich sieht schon lustig aus. Was haben wir denn da? Oh, da ist auch so ein, äh, was ist da? Ein paar uralte Flipper, Biertische. Was ist da vorne? Das sieht ein Cocktail, sieht aus wie Cocktail-Tisch. Ist das ein Breakout? Aua. Oder irgendein Breakout-Klose. Hier so, so wie so ein, äh, Röhnrad-mäßig. Was ist das? G-Log? Irgend so was? Irgendein Flugspiel gleich. Naja. Ja, dann das Japan-Zimmer. Sehr hübsch rosa gemachter Raum. Von Metal Slug bis Puzzle-Fighter steht da alles rum. Sein Bruder versucht sich an der Reihe Runde Kott in diesen Hexen-Shoot der Reihe. Haben wir doch ein paar getestet. Äh, weiß ich schon, was es ist. Interessiert mich aber nicht. Aber der Raum ist, ja, das ist schon sehr Klischee, rosa und alles. Aber ist schon witzig. Metal Slug, super, das Bissi, super Bissi-Baschi-Champ. Ui, Bissi-Baschi, cool. Ja, das ist schon nicht schön. Ist das Raiden da? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Und der kleine Egret steht bei ihm daheim und schön mal den Großen kennt sie. Ein echter Egret 2 Mini, das ist schon witzig. Das ist schon cool anzusehen, ja. Kann man, kann man nicht meckern. Das stimmt, das ist schon witzig, ja. Und links im Regal daneben stehen die gleich, steht ein kleines Astro-City und ein Pad. Und da unten ist das ein, äh, was ist das denn? Tabletop Game Center von Taito. Aha, so, so. Sagt mir jetzt nichts, aber witzig. Und da ist Neo-Geo-Mini und, ach Gott, es ist schon witzig. Doch, kann man nicht sagen. Ähm, Pinball Mania. Im Keller wurden Flipper dreimal mal über 100 Geräte lassen, die Zeit im Flug vergehen. Da stehen, naja, hier sehe ich das Bild Dirty Harry und Indiana Jones. Flipper. Ja, mei. Flipper sind... Ich finde Flipper nett, aber sie können mich leider nicht länger fesseln, aber macht ja auch nichts. Und dann, was ist hier? Beim Outrun-Automaten war das gewaltig. Tolle Umsetzung von Lenkung und Bewegung. Beim Crash-Schüttel ist das Ding ein ordentlich durch. Ich glaube, einen Hydraulik-Outrun habe ich nie benutzt. Ich habe Turbo-Outrun mal eine gute Weile gespielt, aber da weiß ich nicht, ob das ein Hydraulik war. Der war mal bei einer Markteröffnung von einem Pro-Markt, Unimarkt, also irgendwie so halt nicht Media-Markt, sondern Konstkette vor Minimum 30 Jahre eher mehr. Da haben sie dann ein Turbo-Auto noch freispielen. Da habe ich es einfach mal durchgespielt, weil sich niemand gesagt hat, ich will jetzt auch mal. Ja, das ist schon cool, sowas. Der Klassiker. Bei dieser Deluxe-Edition von Space Heroes wird das Bild auf den Leimann geworfen. Wirkt echt gut. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht. So, die sagt mir dann auch nichts. Deluxe-Space-Invaders habe ich auch nie in echt gesehen. Das ist ja witzig. Ach, Space-Invaders spielt man mit Buttons und nicht mit Stick. Das weiß ich gar nicht. Siehst du? Also ich weiß, wie ich ganz jung war. Da habe ich, glaube ich, mal echte Space Invaders gesehen in irgendeinem Freizeitpark und so. Da war ich so jung, dass ich mir das nicht mehr merken kann. Und Sega, Mann 8, Detonor USA darf natürlich auch nicht fehlen. Hier ist die in der 8. Mann-Version. Da gab es kein Segarelli oder Ridge Racer. Ja, Ridge Racer 2 war die Hauptradaktion in dem Harlequin damals. Das war geil. Oder war es Rave Racer? Ich glaube, schwer zu sagen. Ich glaube, es war Rave Racer, aber in einem Ridge Racer 2 Platine. Ich weiß es nicht mehr genau. War auf jeden Fall cool. Ja, Daytona zu 8 hat schon auch was. Ne, also solche Sachen sind schon natürlich geil, aber sowas semi-öffentlich-öffentlich gibt es bei uns, glaube ich, in Sichtweite nichts. Und wenn doch, dann wüsste ich es halt einfach nicht. Aber naja, kann ich nachvollziehen, dass das Spaß gemacht hat. Keine Frage. Gut. So, und dann kommen wir natürlich zur letzten E-Mail des Tages, der Woche. Und die ist natürlich dann vom Tokio. War auch schon von gestern. Heute hat sich keiner mehr zur Deadline eingefunden. Schade, aber ist halt so, ne? Plan schlafen, meint er. Halt ruhig. Eine Woche Nachtschicht und entsprechend wenig Schlaf neigt sich dem Ende zu. Wochenende wird leider auch überschaubar kurz, aber da muss er durch. Er hofft, weil sich mein Houston so langsam gelegt hat, aus eigener Erfahrung weiß er, wie nervig das sein kann. Ja, 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 geht. Also, ich sag mal so, beim Reden kommt es halt, kitzelt es halt. Komischerweise jetzt so länger am Stück reden geht dann schon auch wieder, aber was mich ein bisschen mehr nervt, wie das Husten, ist es mehr das Schiedelbrummen. Also, wie gesagt, beim Husten so, als ob halt jemand irgendwie das Gehirn drückt ein bisschen. Aber es wird schon mal weggehen. Mein Gott, ist jetzt halt erst mal so. Hust. Ha. Passiert ist diese Woche bei ihm relativ wenig. Eigentlich nur ein Ereignis am Montag. Und zwar hat er sich ein neues Auto gegönnt. Ein Grinselsmiley. Aha. An sich war sein alter Nissan Micra noch total in Ordnung, aber halt auch klein, was bei seiner Körpergröße halt nicht immer vorteilhaft ist. Da habe ich ja keine Probleme mit. Auto wird zu klein, weil ich zu groß werde oder bin. Das Problem kann ich eher nicht haben. Naja. Und in Sachen Motorleistung ist es ja schon etwas schwach auf der Brust, was ich besonders bei Berg auf zu spüren bekam. Ja, mei. Was habe ich mal? Ich habe einen Peugeot 206, irgendeinen, der auch schon ganz schön nicht mehr jung ist. Mei, viele Berge gibt es hier auch nicht. Also, es geht schon bei mir. Deswegen ist jetzt der Nissan Juke der zweiten Generation geworden. Optisch gefällt er eben sehr und er hat Platz, ist aber auch nicht so bullig wie ein SUV. Genau richtig für ihn. Sozusagen sein Vorweihnachtsgeschenk an sich selbst. Ich habe null Ahnung, was das für Autos sind. Also, ich spiele ja, ich mag ja Rennspiele sehr gern, offensichtlich. Aber ich bin kein Autofreak, der immer sich darum kümmert, was gibt es tolles an neuen Autos. Ein Nissan Juke. Aha. Naja, also, der ist mir ehrlich gesagt vom Aussehen her, vom Googlen her, kompakter Coupé Crossover. Der kommt mir jetzt ehrlich gesagt auch schon ein bisschen zu bullig vor. Ich möchte gar keinen so Mini-Bulligen haben. Da, uff, sag doch mal, hat der irgendwie die, sind die Räder so groß oder ist der einfach nur so hochgelegt? Das sieht so irgendwie schon, hm. Naja, egal. Muss ja dir gefallen, nicht mir. Dann passt schon. Ja. In Sachen Games ist diese Woche ja auch nicht wirklich viel passiert. Zumindest kommt es ihm als Außenstehende so vor. Ich bin da bestimmt besser auf dem Laufenden. Vor allem müsste doch jetzt schon der Blockbuster-Zug los sein, aber scheinbar wird dieser Winter eher sparsam an großen Namen. Zumindest fallen ihm jetzt keine ein, weder von Sony, Nintendo oder Microsoft kommt da wirklich ein Zugpferd. Ähm. Äh. Äh. Hallo? God of War? Uh. Was, was Größeres gibt's nicht. Also, diese Woche war God of War. Ich hab's jetzt selber auch noch nicht gespielt, ja. Ich hab, ich war der Einzige, der nicht am Test beteiligt war, was mich jetzt auch nicht weiter stört, nachdem ich so die Umstände ein bisschen mitbekommen hab. Ähm. Aber ich hab's jetzt vor. Vielleicht schaff ich's jetzt am Wochenende auch endlich. Äh. Weil haben tue ich's zum Glück. Aber, ja. Also God of War. Das ist schon eher doch, ja, ich würde schon sagen groß, ne? Call of Duty war auch, glaub ich, diese Woche, letzte Woche. Okay, war vielleicht schon letzte Woche. Aber Call of Duty, hm. Hat auch einen gewissen, äh, Namenswert, ne? Sonic. Sonic Franchise. Man kann jetzt streiten, wie wichtig es ist. Aber es ist ein Sonic-Spiel. Also, so ganz war die Woche, war schon ein bisschen was los. So ist es nicht. Und dann haben wir noch, gut, von Square kommen ein paar Sachen. Leute, die auf Tactics, Tactics Ogre ist ja das Gott-Spiel für viele Leute. Ähm. Nächste Woche ist nicht so viel los, glaub ich. Wobei God Simulator 3 kommt raus. Das ist ganz furchtbar wichtig. Also, das ist scheinbar wirklich wichtig. Ähm. Und jetzt im Dezember, also im Pokémon kommt nächste Woche. Purpur und, äh, Dingens vergessen. Das ist ja wohl, also das erste, wirklich neue, klassische Pokémon, wenn man so will, auf Konsole. Ähm. Und dann haben wir noch, natürlich, Need for Speed kommt noch. Es kommt Call of Duty zum Protokoll. Es kommt, äh, Midnight Suns. Gut, wer weiß. Es kommt Crisis Core noch im Dezember. Naja, also es kommt diesmal relativ spät noch einiges. Also im Dezember kommen mehr raus, als man es gewohnt ist. Doch, also, ähm. Jetzt kann man natürlich streiten, wie, aber ich meine, Call of Duty und, äh, God of War sind schon große Namen. Äh. Und God of War ist offensichtlich auch gut, ne? Also, das ist, das ist aber schon echt nicht schlecht. Also, God of War hat so, als ist nichts Wichtiges passiert, äh, doch. Aber egal. Äh. Und Pokémon ist natürlich auch ein Zugpferd. Das wird sich verkaufen, wie blöde. Da kann man doch, ich meine, bei Microsoft gibt's nichts. Nächste Woche kommt Pentiment. Okay, das ist, kann ich nichts zu sagen. Ähm. So, mal wieder kommt auch nächste Woche. Da kann ich auch nichts zu sagen. Frag mich nächste Woche wieder, dann kann ich dir ja ganz viel zu sagen, unter Umständen. Ähm. Ja. Entropy Center können wir, das war letzte Woche gleich schon. Das ist super. Wenn man Portal mag, ist Entropy Center, sollte man sich angeschaut haben. Ist sehr fein. Ähm. Ja. So. Fragen von allen Mini-Konsolen, die bislang erschienen sind. Welche hat mich bisher am meisten abgeholt? Beziehungsweise in welches habe ich bisher am meisten Zeit investiert? Naja, ähm, wirklich viel Zeit investiert. Wahrscheinlich in keine, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber am meisten abgeholt eigentlich schon das E-Gret. Weil es halt einfach so cool ist mit diesem Drehbildschirm und mit, äh, mit der Auswahl und mit dem Trackball und dem. Also, wenn man ein Trackball dazu hat, das ist schon, und das ist halt auch am wertigsten. Weil das ist deutlich wertig, ich meine, es ist ja größer, schwerer, wuchtiger wie jetzt ein, äh, wie die Astro City Minis und das Neo Geo und hat halt einfach am meisten Flair, finde ich. Ja. Ich meine, die Evercade zähle ich nicht dazu, aber mit der habe ich auch ein bisschen Zeit verbracht. Wobei die C64-Sammlung jetzt auch nicht so totflasht. Vor allem, es ruckelt doch deutlich mehr, als ich im Kopf hatte. Ich war der Meinung, die Hauptsachen sind alle flüssig gewesen, waren sie wohl nicht. Naja. Die Irrenarmis sind ja schon auf besten Weg in ihr nächstes Verwerben zu rennen, in dem Trump schon wieder viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Glaubt ich, der blonde Irre könnte bei der nächsten Wahl wieder auf den Thron sitzen? Ja, offensichtlich. Ich meine, sie haben ja jetzt zum Glück nicht die rote Flut gehabt, haha, aber auch keine blaue Welle. Also, noch sind die Ergebnisse ja alle nicht alle durch. Also, ich glaube, das Unterhaus, das ist, da würde ich mich wundern, wenn die Demokraten noch was haben, wenn das noch klappt. Aber beim Senat, das könnte noch reichen. Sieht ja auch gut, eigentlich ganz gut aus. Aber, ähm, jetzt kann man natürlich auch diskutieren, ob der, äh, Trump wäre ja ganz schlimm, aber der DeSantis wäre jetzt auch nicht besser. Und das ist ja wohl der Wahrscheinlichste. Aber jetzt hat er ja heute oder gestern auch schon über den massiv abgelassen. Und so, nächste Woche wird er, der wird schon kandidieren. Das wird gruselig. Natürlich. Und doch, in Amerika sind ja offensichtlich ungefähr die Hälfte der Menschen total, total hirntot und Idioten oder asoziale Arschlöcher. Eins von beiden müssen es ja sein, sonst kann man auch keine Republikaner wählen. Aber, ja, glaube ich schon. Was ist schlimmer, kalte Füße oder kalte Hände? Ähm, ich würde sagen kalte Füße, weil man bei den Füßen gefühlt weniger machen kann. Hände kann man reiben oder wohin halten. Na, was machst du mir denn, wenn die Füße frieren? Kann Schuhe anziehen, ja. Aber nicht einfach so irgendwie, ja. Also doch, ich bin der Meinung, dass kalte Füße stressiger sind. Habe ich eigentlich in Death Stranding reingespielt? Falls ja, wie war meine Meinung? Ich habe tatsächlich reingespielt ein paar Stunden bis in Kapitel drei oder so. Also, mir wurde ja immer gesagt, das muss man schon ganz gespielt haben, um wirklich sich eine Meinung bilden zu können. Und ich habe auf jeden Fall nicht lang genug gespielt, um wirklich, gefühlt hat es dann noch immer nicht richtig angefangen. Also, deswegen kann ich jetzt keine fundamentale Meinung haben. Aber ich finde, es ist ein völlig verspultes Spiel. Es ist sehr stylisch. Aber ich habe auch nicht irgendwie die Motivation und die Lust, jetzt unbedingt nochmal anzufangen. Ich habe mir den Directors Cut gegönnt für die PS5. Die 10 Euro war es mal wert, so ungefähr. Also, wenn ich es nochmal irgendwann mal wagen sollte, dann schauen wir mal weiter. Aber, naja. Und seine Teaser jetzt für sein neues Spiel. Oh, diese Schauspieler sind dabei. Das ist mir doch scheißegal, welche Schauspieler das sind. Wenn es nicht Prominente wären, wäre es auch okay. Ihr habt das Spieltaug oder was. Was juckt mich das denn, dass da die... Und ich meine, was hat mich denn gejuckt, dass da der Walking Dead Daryl... Ich habe den Namen gerade vergessen. Ähm... Ja, und? Den... 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 Naja, egal. Die Switch verkauft sich immer noch Blenden. Wird wohl... Womit wohl nicht viele gerechnet haben? Wann, glaube ich, wird die Nachfolge... Nachfrage ausbleiben? Das ist ja erst, wenn eine Nachfolge ansteht, dass ich das Ende eher komme. Nö, ich würde tatsächlich sagen, das können sie noch lang ziehen wahrscheinlich, weil... Ich meine, die wichtigen Spiele sind ihre eigenen und die funktionieren ja üblicherweise auch im Rahmen der Technik vernünftig. Ich meine, ich habe laufend irgendwelche Indie-Spiele oder andere Spiele, wo man dann die... In die Finger kriegt, wo man sieht, mein Gott, Leute, die Hardware ist einfach uralt, wobei da auch gerne mal Optimierung nicht passt. Äh... Also, ich glaube, bei Indie-Spielen habe ich jetzt letzte Woche eine Handvoll auf der Xbox in die Finger bekommen, die ich auf Switch getestet hatte oder auch so hatte. Und die liefen halt nicht alle, aber viele doch deutlich sauberer und schöner und besser. Es ist halt einfach so. Äh... Und wenn es nicht schöner und besser läuft, dann sieht man, dass die Leute halt nicht nur auf der Switch, sondern auf der Xbox mit ihren Engines nichts anfangen können. Aber na, ich glaube, das wird noch länger dauern und Nintendo kann sich echt Zeit lassen. Das funktioniert... Ich meine... Ja, wobei, ja, wenn ich so... Pokémon Arceus wäre wohl auf einer besseren Hardware auch schöner. Ja gut, das ist dann natürlich, wenn man zu viel will, dann gibt es das auch bei Nintendo-Spielen mal vielleicht, aber... Naja, wir werden ja sehen, wie dann Zelda läuft, wenn es mal rauskommt. Guter Punkt eigentlich. Ja, aber... Also, ich sehe nicht, dass es jetzt schon nachlassen sollte. Es würde... Ich würde mich wundern, aber mei, warten wir es ab. Ja, das war es im Endeffekt. Ein angenehmes und zumindest hier sonniges Wochenende uns allen wünscht der Tokio. Ich weiß gar nicht, was sagt mir denn das? Haben wir sonnig? Wir haben es auf jeden Fall frisch. Ne? Ne, wir haben bewölkt. Sonnig... Ja, Montag und Dienstag wird es wohl sonnig. Ja gut, schauen wir halt mal. Ja, ich wünsche euch auch sonniges... Gut, das ist nur ein bisschen über eine halbe Stunde. Heute war es ein bisschen kürzer, aber ich meine, wir können es verkraften, glaube ich. Ich muss ja jetzt schließlich das Mega-Reif nochmal rausschreiben. Das ärgert mich echt. Habe ich da irgendwie einen Filter vergessen? Oder habe ich ihn versehentlich gelöscht? Das muss ich echt checken. Das ärgert mich jetzt. Gut, wird es halt nochmal veröffentlicht. Pech. Ähm, ja. Genau. Ähm, jo. Also, wie gesagt, nächste Woche vier, fünf Videos sind es auf jeden Fall. Dann, äh, fürs nächste Bla, wie immer, Material bitte bis Freitag 18 Uhr. Ihr wisst es ja, Adressen habe ich ja vorhin genannt. Wetter habe ich auch gesagt. Sonst so, dann wünsche ich mir, wünsche ich mir, dass meine Husen und meinen Kopfweh-Aspekte sich langsam vertönisieren, weil die sind auch erst vor einer Woche ungefähr gekommen. Also, ich war, ich hatte ja die, wie ich die Ansteckung frisch war, da hatte ich halt Husten, Schnupfen, Heißerkeit und rauen Hals. Das ist komplett weg und dann war es eine Woche relativ still. Gut, der Husten war ein bisschen da. Diese Kopfweh-Geschichte, die kam jetzt erst vor der Woche dazu, so ungefähr. Aber wie gesagt, das ist alles nicht so dramatisch. Ich kann immer noch spielen, schreiben, denken, äh, laufen. Es geht schon alles, aber wäre trotzdem, fände ich es natürlich auch gut, wenn es mal wieder, jetzt mal langsam sich wieder ganz verabschiedet. Sonst schauen wir halt mal. Ja, wünsche ich euch auch alles Gute, schönes Wochenende, Gesundheit und so weiter, was man halt sonst so an Floskeln von sich gibt und sagt dann, ja. Bis nächstes Mal. Tschüss.